Wir haben einen riesen Applaus für die Pfingsterer, auch alle, die jetzt schon nach Hause gefahren sind. Es war ein fantastisches Paxterer Musiker. Es war das beste Paxterer Musiker jemals. Und das werden wir nächstes Jahr hoffentlich wieder sagen. Okay, ich höre gerade, Sie können den Text alle nicht, also macht euch keine Sorgen, wenn ihr den auch nicht könnt. Wir kriegen das alle hin. Sind denn alle da? Ja, in eine Mikrosanstalt für die Audis. Ah, unsere Ton. Bitte alle gleichzeitig singen. Genau, Aktivist ist, wer aktiv ist. Sucht euch Zettel, sucht euch Mikros, Dreiergruppen, Vierergruppen, so dass es gut aufgeteilt ist. Ich lasse euch auch nicht alleine. Wir singen alle zusammen, insofern müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wow, okay, so eine Crowd habe ich echt auch noch schon lange nicht mehr. Die hatte ich eigentlich nur in der du nicht bist, auch gesagt, aber sonst. Ist ja, klar ist ja. Komm her, bist du bereit? Seid ihr bereit? Ja. Haben wir noch jemanden vergessen? Ja, das ist sowieso das Beste. Gar nicht erst bereit werden, sondern einfach los und wir machen unseren Spaß, wie gesagt. Bitte? Eine kommt noch, sehr schön. Wir werden noch, wir werden noch vollständig, auch Kameras kommen noch. Das ist genau. Meint ihr, was ist denn, wenn man das Lied jetzt nicht kann, wenn... Wenn man das Lied nicht kennt, du meinst, also ihr könnt natürlich jetzt spontan googeln, nach den meinen Söhnen gebe ich mich Text. Nein, ihr sollt nicht klatschen, ihr sollt mit den Händen die Texte besuchen. Guck mal, wir haben da hinten, wir haben da hinten noch einen, nein, Arne, ich meine dich. Arne, ich könnte es dich, glaube ich, da mit hinstellen, weil Arne, wenn ihr von der Höhe ungefähr zusammenpasst. Sonst singen da fünf Leute an einem Mikro und da hinten einer alleine. Also, wobei, ich bin, ich bin massiv gespannt, Arne hat eine ganz einzigartige Stimme. Ähm, ich bin massiv gespannt, wie das wird. Nee, wir sind keine zwei, rutscht zusammen, also... Dann rutscht es und macht diese Spalten, ja? Achso, wir sind... Ja, entschuldigung, jetzt kommen die Kameramänner, ne? Oder Kameratrauen und Kameramänner. Ja, ähm, das Bild passt nicht, drun ist mir scheißegal, aber das Bild passt nicht. Achso, guck mal, ich bin sogar völlig falsch. Ach, die Gitarre hat sich bitte wahrscheinlich auch verstimmt, aber ist egal. Marien, ruhig, noch rüber. Sven, noch rüber. Aber ihr wisst schon, dass ich hier Platz brauche zum Spiel, ne? Ich kusche gar nicht, aber sonst nicht. Genau, bleib da, wenn ich hier. Okay, ist es euch recht? Es ist recht. Luca, ist es besser? Was geht denn noch besser? Kannst du den Mund, kannst du den Mund, weil ich schlaufe hier rum. Ach, Leute, das ist so schön. Wir machen das alles zusammen. Wir sind einfach irgendwie eine Familie, eine Community und wir entwickeln uns zusammen weiter und alle Neuen, die da sind, werden herzlich aufgenommen und wachsen zusammen. Ein verrückter Haufen, genau. Das stimmt. Und die Verrücktesten sitzen da vorne im Büro. Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeit. Und ich sage euch heute schon, wenn ich will dich da. Ihr braucht mich an Gewissen auszubreiten und zu sehen, dass ich auch zwei Söhne habe. Und ich lieb die beiden, das will ich auch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne lebe ich nicht. Nein, meine Söhne lebe ich nicht. Das ist so schön. Ich habe sie die Achtung voll im Leben vor jeder Kreatur als höchsten Welt. Ich habe sie erlauben und vergeben und ohne was den lieben, und werde dir sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht. Sind's wer, dann dafür zu töten und zu sterben? Nein, meine Söhne lebe ich nicht. Nein, meine Söhne lebe ich nicht. Sicher nicht für euch hat ihre Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt geracht. Nicht für euch und nicht als Karol-Futter. Nicht für euch habe ich noch manchmal gedacht. Verzweifelt wird an dem kleinen Bett gestanden und kürt ein kleines Größtes gesetzt. Bis wir in der Schöpfung Ruhe fangen. Nein, meine Söhne lebe ich nicht. Nein, meine Söhne lebe ich nicht. Werde nicht im Waldlied marschieren. Nicht durchhalten, nicht kämpfen, bis zuletzt. Nicht durchhalten, nicht durchhalten, bis zuletzt. Nicht durchhalten, nicht durchhalten, bis zuletzt. Nein, meine Söhne lebe ich nicht. Nein, meine Söhne lebe ich nicht. Ich stelle sie in den ungehorsamen Lehren, den Widerstand und die Unbeugsamkeit. Gegen jeden Befehl aufzubewehren und nicht zu wuckeln vor der Obrigkeit. Ich werde dir an den eigenen Weg zu gehen, vor keinem Popanz, keinem Weltgericht, vor keinem Reis, sich selber grad zu stehen. Nein, meine Söhne gebe ich mich, nein, meine Söhne gebe ich mich. Und eher werde ich mit ihnen fliehen, als dass sie sie zu euren Rechten macht. Er wird ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und die Tiefe in der Nacht. Sie haben nur die Seine kurz im Leben, ich schwöre es und lass euch gerade ins Gesicht. Sie werden es wollen gar nicht geben. Nein, meine Söhne gebe ich mich, nein, meine Söhne gebe ich mich. Nein, meine Kinder gebe ich mich, nein, meine Söhne gebe ich mich. Nein, meine Söhne gebe ich mich, nein, meine Söhne gebe ich mich. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.